Das ist eine Gaskartosche. Die Gaskartosche ist hier drin, die kann ich Ihnen zeigen. Genau, die ist von Miseris und die ist hier einmal drin. Sobald der einmal ausgelöst worden ist, folgen wir die Gaskartosche aus, falten den Airbag wieder ein, dann kennen wir das. Wir haben auch hier den Rückenkontaktor drin. Der Rückenkontaktor hat eine Stolz-Aufbruch. Ja, ich werde hier gleich auslösen. Nicht stürzen, aber wir machen eine Fernauslösung. Das ist sicher, dass Sie das erste Mal machen und Sanitäter ruhen, der Notfälle, dass Sie nicht das Ding ins Gesicht halten. Brauchen wir nicht. Also nicht wie beim Auto-Airbag machen. Nein, 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 alles gut. Legt Sie nur um den Schultergürtel, um den Hals, werden Sie gleich sehen. In ungefähr drei Minuten wird das hier aufgeblasen, um die Schultern zu liegen. Deswegen sind wir da und bin rechtzeitig gekommen, der Dami über ein bisschen Zug fährt und es wird spannend. Ich werde mich jetzt hier gleich in die Mitte stellen, auf ein kleines Podest und dann kann man alles in der Hand erobern. Ja genau, dann muss ich nicht so weit hochgehen. Jetzt haben wir gespannt, wie oft haben Sie das schon gemacht? Boah, jeden Tag drei Mal jetzt die Messe und natürlich noch hunderte Male in dem ganzen Ort kommen. Ist das nicht so laut, dass ich Ihr Ohr schädigen könnte? Weil normaler Airbag kann das schon mal ein bisschen aussehen. Aber so laut ist es nicht. Es ist laut, man hört es, es gibt einen kleinen Knall, werden wir auch gleich feststellen. Aber es ist absolut in Ordnung. Dann sind wir jetzt gespannt, ich bin extra noch da geblieben, weil es ist heute der Leopold-Cordo. Oh ja. Und da müssen wir natürlich hin, aber jetzt schauen wir uns natürlich jeden Knaller an. Super, machen wir gleich. Ich baue mir das Podell. Also, was wir hier tun werden. Die Firma Evoq hier aus München hat einen hoch innovativen Rucksack entwickelt mit einem integrierten Airbag-System. Das ist genau der hier. Dieser Rucksack hat sechs Sensoren, die messen permanent, wie ich mich bewege auf dem Fahrer. Und im Fall eines Sturzes löst dieser Rucksack automatisch einen Airbag aus. Und es geht so rasend schnell, das können Sie gar nicht sehen, das werden Sie nur hören. Also, wenn Sie das filmen wollen, Handys raus, Slow-Mo, dann kann man es ein bisschen nachvollziehen. Aber es rasend schnell, 0,2 Sekunden, 20 Sekunden dauert das Ganze. Und ich werde mich jetzt nicht hier im Purzelbaum hinunterstürzen, sondern wir können es auch fernauslösen. Das werden wir jetzt demonstrieren. Wenn jemand von Ihnen möchte, es tut nicht weh. Es ist auch nicht so laut, dass man irgendwie Schädigungen kriegt. Keine Sorge, es gibt einen leichten Knall, ja. Aber es macht überhaupt nichts. Also, wer möchte, kann diesen Rucksack aufsetzen. Freiwillige vor, jawoll. Haben wir schon jemanden? Und die gehen alle gleichzeitig los dann? Nein. Also nur diese Person? Genau. Einmal hier draufsteigen. Daraufsteigen? Daraufsteigen. Den legen wir einmal an. Jawoll. Wichtig ist natürlich, dass sämtliche Gurte ordentlich verschlossen sind. Mach das jetzt mal so. Das darfst du, ja. Okay. Und sonst der Gurte, natürlich auch der Schultergurt, dass der gut sitzt. So, und jetzt der Magic Moment. Damit das Ganze funktioniert, muss ich das System aktivieren. Und es funktioniert mit dieser Magnetschnalle. Kurzer Systemcheck in Rot, jetzt blinkt dieses Licht gleich grün. Das heißt, das System ist jetzt scharf geschaltet. Kann mich also jetzt mit dem Fahrrad durch die Stadt begeben, alles wunderbar. Und auf einmal steht da ein Auto mitten im Weg. Ich kann nicht mehr bremsen und ich mache diese Überschlagsbewegung. Der Kollege sagt Bescheid, wenn er soweit ist. Okay? Ich bin auch bereit. Auch bereit, wunderbar. Dann zählen wir runter. Wie geht's weiter? Drei, zwei, eins. Oh, 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 oh. Ist irgendwas da? Ja, das war's kaputt. Da hat er ausgelöst. Genau. Das haben wir jetzt auch so noch nicht erlebt. Also der Ballon springt da raus. Wie geht's? Oh, 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 oh. Deine Peltnerner, inspiriert.